Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Tages 315 der russischen Invasion der Ukraine. Heute gibt es eine Menge Neuigkeiten aus der Region Luhansk. Vor dem Jahreswechsel haben die Ukrainer hier ihre offensiven Operationen gestartet. Obwohl der Fortschritt nur langsam war, so haben die Ukrainer doch massive Erfolge erzielt. Sie sind um mehr als zwei Kilometer vorgerückt, haben die Russen aus ihrer letzten Verteidigungslinie getränkt und jetzt bereiten sich beide Seiten auf die letzte Schlacht in Kremina vor. Letztes Mal habe ich ihnen berichtet, dass die Ukrainer die russischen Stellung nördlich von Dibrova angegriffen haben. Es gelang den Ukrainern, die russische Kontrolle um Dibrova erheblich zu minimieren. Als die Kämpfe sich den Hauptstellungen näherten, wurde das Vorrücken schwieriger, da die Russen hier deutlich besser versorgt werden konnten. Praktisch das einzige Gebiet unter russischer Kontrolle war zu diesem Zeitpunkt der Wald. Die Ukrainer konnten hier also nicht mit ihren motorisierten und mechanisierten Einheiten schnelle Durchbrüche erzielen. Die Kämpfe entwickelten sich zu Stellungskämpfen, geführt durch Infanterie, Artillerie und die Luftwaffe. Auch die sich verschlechternden Wetterbedingungen spielten eine Rolle. Die Ukrainer warteten auf einen Temperaturabfall, um diese Offensivoperation durchzuführen. Nach einigen Tagen stiegen die Temperaturen allerdings wieder über den Gefrierpunkt an und es gab Regen. Glücklicherweise hat die ukrainische Offensive unter diesen Umständen nicht zu stark gelitten. Den Ukrainern gelang es rechtzeitig, die Russen von den Feldern zu vertreiben und als die Temperaturen wieder anstiegen, hatten sie bereits die Stellung entlang des Waldes erreicht. Danach begann die Waldschlacht. Unabhängig vom Wetter konnten die Ukrainer hier ihre Fahrzeuge ohnehin nicht einsetzen. Nichtsdestotrotz verlangsamte der Regen dennoch die Offensive der Ukrainer im Wald. Beide Seiten setzen nun viel auf ihre Artillerie und Luftwaffe. Nach russischen Quellen greifen die Ukrainer hier konstant mit rund 1500 Soldaten an. Nach Angaben von Military Land haben die Ukrainer die 45. Artilleriebrigade in die Region Svatove verlegt. Diese konzentriert sich weitestgehend auf die Kämpfe um Kremina. Zur Luftunterstützung der Bodentruppen setzen die Ukrainer Flugzeuge vom Typ Su-27 und MiG-29 ein. Langsam scheinen die Russen diesem Druck nachzugeben. Der stellvertretende Leiter der ukrainischen Haupteinsatzleitung berichtete, dass die ukrainischen Streitkräfte in der vergangenen Woche 2,5 Kilometer in Richtung Kremina vorgerückt sind. Später wurde in den sozialen Medien behauptet, die ukrainischen Streitkräfte hätten die Brova eingenommen. Da es aber keine offizielle Bestätigung dafür gab, dass die Ukrainer in dieses Dorf eingedrungen waren, wurde der Beitrag nicht beachtet. Einige Tage später jedoch berichtete das russische Verteidigungsministerium, dass ukrainische Artillerie in der Nähe von die Brova beschossen wurde. Somit war klar, die Russen hatten die Siedlung aufgegeben. Trotzdem heißt das nicht, dass die Ukrainer jetzt diese kontrollieren. Vielmehr handelt es sich hier um eine Grauzone. Aufgrund des andauernden Beschusses kann keine Seite Kontrolle über die Siedlung beanspruchen. Außerdem bestätigte ein Reserveoffizier und Militäranalyst indirekt, dass die Russen die Brova verlassen haben. Er sagte, dass die Ukrainer inzwischen weniger als 5 Kilometer von Kremina entfernt operieren. Viele russische Quellen deuten darauf hin, dass die Schlacht um Kremina fast begonnen hat. Eine Bars 13 nahestehende Quelle behauptete, dass sich die ukrainischen Streitkräfte darauf vorbereiten, Kremina aus 3 Richtungen anzugreifen. Eine andere russische Quelle sagte, dass man mit einer ukrainischen Offensive rechne, sobald der Boden in dem Gebiet wieder festgefroren sei. Das sollte in zwei Tagen der Fall sein, denn dann sollen die Temperaturen über einen Monat lang unter dem Nullpunkt bleiben. Einige Quellen betonen auch, dass die Ukrainer zusätzliche Ponton-Übergänge südwestlich von Kremina errichteten. Die Russen versuchen sich so gut wie möglich auf diese Offensive vorzubereiten. Der ukrainische Leiter der Region Luhansk berichtete, dass die russischen Streitkräfte weiterhin Ausrüstung und Personal in das Gebiet um Kremina verlegen. Darunter auch Söldner der Wagner-Gruppe. Das scheint jedoch nicht auszureichen. Deswegen wurden auch Elite-Luft-Landetruppen antransportiert. Das russische Verteidigungsministerium meldete außerdem, dass bereits thermobarische Artilleriesysteme hier im Einsatz sind. Da die Russen so ziemlich das Beste, was sie besitzen, in diese Stadt verlagern, zeigt wie wichtig diese ist und wie schmerzhaft ein Verlust dieser wäre. Die Russen haben viele Ressourcen in den Bau der Verteidigungslinie um Svatovo gesteckt. Aber mit einem Verlust von Kremina könnten die Ukrainer diese einfach umgehen. Wenn die Ukrainer Kontrolle über diese Stadt erlangen, können sie auch in Richtung Svatovo, Starobilsk und Lysitschansk vorrücken. In diesem Fall wäre die russische Logistik sowie die Stellungen im Hinterland gefährdet, wodurch die Frontlinie zerbröckeln und vielleicht sogar bis zur Vorkriegsgrenze zurückfallen könnte. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos und wir sehen uns im nächsten Video.